so hey und herzlich willkommen zurück zur nächsten folge von minecraft und zwar werden wir jetzt unsere brauereistände unsere zwei brauereistände aufbauen und schon mal ein kleines bisschen rumexperimentieren was möglich ist ich habe mich unterdessen mal ein bisschen schlau gemacht also das was man eigentlich fast immer braucht sind neta warzen ich glaube neta warzen haben wir noch nicht eine einzige gefunden beziehungsweise abgebaut das ist ein problem das heißt wir müssen nachher noch mal in den neta neta warzen finden farmen und so weiter ich bin mir nicht sicher ob wir die nicht doch gefunden hatten aber wenn ja finde ich sie nicht ich habe keine ahnung wo die sind auf jeden fall das was mich auch noch interessiert ist ob man das irgendwie hallo ist da wäre auch guck an hallo tag tag noch mehr hier unten da guckte ja immer mit perfekt können wir nicht genug von kriegen weil wir brauchen erfahrungspunkte on mass ach so ah oh mein tschuldigung aber ich wollte dann anboss mitbringen ach mensch wird alles vergessen so hier mal eine brauerei 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 braustand hin den packen wir einfach mal hier hin mitten drauf so jetzt will ich nämlich was ausprobieren und zwar habe ich schon mal einen trichter mitgebracht was ist wenn ich den direkt daran schließe welche wasserflaschen einpacken okay die sammelt er sich also da rein okay das heißt aber wenn ich jetzt von oben drauf naja das geht jetzt nicht so wenn ich jetzt hier was reinpacke ok die werden nicht eingesaugt das ist gut ok die bekommen da ah ok das ist perfekt das ist perfekt dann können wir ja wirklich quasi wow das habe ich eben die ganze versucht dann können wir ja wirklich quasi das automatisieren das wäre cool so jetzt müssen wir mal gucken ach so ne wir brauchen ja auf jeden fall unseren äh wir brauchen das hilft ja eh nichts ne wir brauchen so oder so oder so die komischen nähter warzen sonst können wir hier gar nicht brauen und wir brauchen auch noch ein bisschen lohnstaub damit wir auch weitermachen können für den lohnstaub brauchten wir in der tat noch feuer ähm steine damit wir damit wir steine haben das heißt für mich feuersteine war so kriegen und ab und zu mal kommt dann einer per zufall richtig schau mal wie weit geht es nicht runter ach cool hier gibt es sogar noch direkt eisen mit gratis hinzu so jetzt muss man leider ein bisschen in den sauren apfel beißen weil ohne feine wird das hier nix wir haben noch nicht einen gefunden ja das kann ja interessant werden ach das tut mir leid ey was ist denn hier unten noch alles wie krass das hier drunter noch alles ist ey ich höre irgendwas hab ich dich doch richtig hier du plimm 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 wo sind wir hier würde mich ja schon interessieren irgendwann kommen wir bestimmt ähm ja wo kommen wir denn aus entweder am hauptbahnhof oder gute frage irgendwo werden wir schon auskommen wir sind in der nähe von wasser ah ok wir sind bei uns am lager dann geht es jetzt abwärts dumm da dumm da dumm 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 so und nein die kommen he he auch cool so was haben wir hier noch drin ähm oh paar feuersteine ja geil das reicht schon um etwas zu machen ja das tauschen wir mal die ganze Quatsch können wir hier einfach mal reinschmeißen oder auch nicht boah ähm ich könnte ja eigentlich mit der Bahn fahren aber nee will ich jetzt nicht oder er hilft ja nicht wo wollen wir denn hin Minehaus Hauptbahnhof ähm erstmal glaube ich zum Haus um die Sachen wegzubringen fahren wir erstmal zum Haus oh nein ich hab schon wieder vergessen ach nein ich hab ach ich bin so doof 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 ah ich hab beim letzten mal schon festgestellt dass ich die Dinger nicht aufgefüllt hatte die hier ah das hab ich dann beim letzten mal schon festgestellt ah kacke so wie war das jetzt dahin stellen kriegt ihr die jetzt automatisch Hauptbahnhof Drehhauptlager und Haus ja ist richtig so jetzt muss ich nur mein Ticket kriegen äh komm ich da jetzt irgendwo dran ah nein das Glas geht ja kaputt äh warte mal wir schummeln jetzt ein bisschen erwopst so danke abfahren jetzt kommen wir nicht mehr wenigstens auch beim Haus aus flupp hoffe ich ich hoffe wir kommen beim Haus aus was stand da jetzt drauf Haus Rehauptbahnhof äh Hauptlager und Hauptbahnhof ne ich glaube da müssten wir auch auskommen ich war schon länger nicht mehr hier ich hoffe dass hier keine Schieten unter dessen kaputt gegangen sind das passiert ja schon abends mal ne dass ein paar Schienen einfach nicht geladen werden und da fehlen die das wäre jetzt sehr bitter das würde für uns heißen wir würden wir würden irgendwo runterfahren und abstürzen unsere ganzen Erfahrungspunkte würden verloren gehen und wir würden verlieren das sieht schon mal gut aus ja also wir kommen zumindest schon mal ja das ist perfekt wir kommen zum Haus au zum Haus kommen wir schon mal also Richtung Haus gucken ob es weiter geht ob wir dahin kommen wo wir hinwollen da 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 bin mir nämlich gar nicht sicher ich glaube wir müssen aussortiert werden oder also nicht hier da kommen wir her ich glaube aber jetzt müssen aussortiert werden ne ja richtig richtig bäm perfekt ja hier sind wir für alle die sich fragen so sieht nicht unser Haus aus nein ich habe das an der Haltestelle wo wir ankommen nach außen verlagert damit wir dann ganz easy peasy reinlaufen können jetzt sind wir quasi von da unten bis hier oben gelaufen gefahren mit dem mit der Bahn so was wollten wir hier ähm Pfeile herstellen Feder Stock Feder Stock Pfeile 26 Pfeile ja aber beim letzten Mal ging das nicht so gut ne dann waren die ruckzuck weg was machen wir denn kann man denn Feuerstein herstellen irgendwie ach ey meine Nase läuft auch noch ey ich gehe kaputt was ist das denn Feuerkugel wofür ist die steht hier nicht gut dann brauche ich es auch nicht was ist das Enderauge Enderauge Spektralfeile oh ein Pfeil mit ganz viel Glowstone er gibt so ein Spektralfeile okay also ich müsste eigentlich hier gucken ne gibt es denn noch mehr Pfeile nö ich glaube nur den keine könnte ich zumindest wenn ich jetzt noch Glowstone habe ich bin mir ja nicht sicher normal ja wir haben aber beim letzten Mal Glowstone mitgebracht ne äh zwar nicht wer weiß wie viel ein bisschen Glowstone haben wir noch mitgebracht da Glowstone dann machen wir einfach mal ein paar Pfeile 7 7 sind 14 Stück sind mehr als vorher so es fehlt uns noch ein bisschen Glowstone das ist aber nicht schlimm den Rest packen wir einfach weg die ganze Quatsch hier was wir noch haben dat 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 alles weg alles weg hier kann noch ein paar Güter rein ich gehe mal rüber dann werden wir immer wieder dasselbe ne Platzprobleme habe ich immer so so jetzt haben wir ein paar Pfeile aber nicht genügend eigentlich ich brauche definitiv Feuerstein ne also Feuerstein ist das wichtigste irgendwie was wir brauchen durch Feuerstein können wir den Rest kriegen ich lege mich mal eben ins Bett das sind noch die ganzen Geschiefmanns die wir gekriegt hatten beim letzten Mal da 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 komm her komm 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 ja von wegen nein ok nichts passiert das kann man nicht machen das ist ja wehr Quatsch der Rest ist alles kaputt oh wow ok hi da liegt noch ein Pfeil da ist noch ein Pfeil na doch nicht der hat keinen getroppt Schweinehund na komm doch ich bewerf dich mit Eiern wo auch immer du bist zack what so ähm ja wir brauchen eigentlich noch puch gehen wir hier noch ins Näht ne Nähter lohnt sich nicht mehr ok machen wir es anders wow wie viele Fische hier spawnen wow ok wir machen es anders wir gehen in den Hauptbahnhof und fahren dann zur Mine runter ähm weil es glaube ich sinnvoller ist wir gehen heute dann einfach ein bisschen Dingens farmen äh ein paar Feuersteine noch farmen und ähm ja dann schauen wir mal ne dann schauen wir einfach mal wir gehen dann einfach ein bisschen farmen ich nehme euch mal mit wenn ich dran denke mache ich dann nachher so ein Zeitraffer habe ich noch nie gemacht dann würde ich aber einfach mal so ein Zeitraffer machen dann würde ich aber dann in der Zeit logischerweise dann noch nichts großartiges erzählen ich weiß wie viel das Mikro dann Newton er ist nicht leer da ist einer drin ich höre es ja auch klicken wieso ist denn hier überhaupt nichts drin nur Hauptlager und Haus tolle Wurst haben wir hier noch Mine Mine Verrückt jetzt muss ich kurz zählen das ist bestimmt dazwischen und fährt auch die eine Lore zwischen dem und dem packen wir die da rein so wie viel hast du denn jetzt hier drin nix nur Rehobbarno alles klar Mine Aha da haben wir den den müssen wir jetzt reinschmeißen zack mal einsteigen und abfahrt so wieder mal ein Schluck Kaffee wollte ich schon sagen aber das stimmt nicht es ist Tee Tee getrunken ist auch mal ganz wichtig ja wir fahren jetzt zur Mine ich sag danke fürs Zuschauen für diejenigen die jetzt schon abschalten weil jetzt geht's ähm mit dem achso da stein ne ja jetzt geht's nämlich mit dem Farmen los wir werden Richtung Mine fahren und werden da Farmen gehen und für diejenigen die noch dranbleiben ich werde jetzt gleich wenn wir bei der Mine angekommen sind aufhören zu erzählen wir werden wahrscheinlich ein bisschen Musik einspielen müssen wir mal gucken was wir finden bei äh okay wer ist denn hier der der mit meiner Bahn fahren kann hä warte mal da gucke ich mir jetzt an das stimmt nicht irgendwas ist hier wieder kaputt das ist eben halt die Kacke mit dem die Chunks laden nicht ne dann dauert das immer erst eh die Chunks laden ist die leer ne Mine die haben wir noch reingekriegt das ist Mine seht ihr das spricht doch um verrückt okay was war hier vorne achso hier vorne ist Mine warte mal das ist ja der richtige aber was habe ich denn eben reingetan habe ich Mine reingetan oder habe ich Re-Mine reingetan auszusehen also egal hätte beides funktionieren müssen naja macht nix muss ich mir nochmal angucken gehen wir halt ein Stück zu Fuß gehen wir ein Stück zu Fuß Technik ist eben halt anfällig durch das Laden ist die anfällig leider ne das ist ein bisschen doof aber sonst funktioniert die eigentlich ziemlich cool ähm ich muss aber vielleicht noch einfach mal ein bisschen rumlaufen die ganzen verirrten äh Dinge einsammeln beziehungsweise gucken dass sie dann irgendwo an der richtigen Stelle wieder abwandern so hier kann ich die Lore nehmen ich kann aber mal so lange um Platz zu kriegen alles reinzupacken halt den nicht so wieso ist denn das hier offen egal ich sage nochmal danke fürs Zuschauen für diejenigen die abhauen wir sehen uns morgen wieder und für den Rest ähm hört ihr jetzt wahrscheinlich ganz einfach ein kleines bisschen Musik da seht ihr mal hier haben wir noch Pfeile so bis später ein fd seht ihr mal Musik 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 So, für all diejenigen die noch da sind Wir nähern uns aber dem Ende der heutigen Folge Ich werde mich jetzt gleich wieder ins Bett legen Ich werde mich gleich ins Bett legen Damit ich meine Krankheit mal irgendwann mal wegkriege jetzt Wäre von Vorteil Dementsprechend fahre ich jetzt zurück Und wenn ihr irgendwelche Sachen mal in Zeitraffer sehen möchtet Wo ich dann immer sage, ey, dann mache ich jetzt alleine oder sowas Wenn ihr davon mal irgendwas sehen wollt Dann sagt da ruhig Ich wollte gerade sagen Sagt da ruhig mal Bescheid Das mache ich dann auch gerne mal Wenn es erwünscht ist Also wenn da irgendwas ist, was ihr sehen wollt oder sowas Dann schreibt das auf jeden Fall mal rein In die Kommentare Und ja, sonst würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder Das, was wir jetzt noch machen Und was ich jetzt noch mache Ich meine, ich kann euch auch mitnehmen Ich werde die Minecarts suchen, die hier durch die Gegend irren Und mal eben kurzerhand killen Und dann nochmal eben bis zum Hauptbahnhof laufen Weil mich das ziemlich geärgert hat Dass das nicht funktioniert hat Also ich bin ein Mensch, der Wenn er was baut, soll das normalerweise auch funktionieren Dass er Was ist das? Es regnet Sand Dann soll das normalerweise auch funktionieren Und deswegen ärgert mich das umso mehr Wenn das nicht funktioniert Vor allen Dingen, wenn ich nicht genau weiß Warum nicht Rehauptlager Ah, und dann fährt der hier lang Okay, der ist auf der falschen Schiene Das liegt alles daran, dass es Dass hier nicht alle Chunks geladen werden Da hinten ist zum Beispiel noch ein Minecart Das dürfte da nie rumstehen Ist gar nicht machbar, dass hier ein Minecart einfach rumsteht Das stand sogar noch auf einer Powered Rail Also Das ist halt schon, ne Okay Hier fängt die an So, ich guck gerade Ob wir Eine Hab ich Ich hab doch noch weiter unten Auch noch weiter gemacht, ne Das heißt Wenn der einsortiert wird Wird er hier einsortiert Achso Hier passt man gar nicht mehr durch Das ist übrigens hier scheiße Hör mal Das ist scheiße Oder hast du denn da gemacht Hä Hä Achso Achso, da ist der Okay Ich würde gerne da unten hin Oh Okay Eigentlich bin ich hier zu tief Aber okay Ähm Nee, da will ich hin Ah, okay Hier sind die ganzen Minecarts Die übrigens Ähm App Die übrigens Ah, das war tief Falsch gelaufen sind Ja, also die kommen dann hier übrigens überall an Oder hier an Weil das sind unsere zwei Punkte Und die quasi das Ende bilden Einmal von der nicht einsortierten Zeugs Oder von einsortiert Aber dann noch nicht Ich sage auch Wie auch immer du hier hinkommst Bei so vielen Lichtquellen Ähm Oder die zwar versucht wurden einsortiert zu werden Aber dann nicht mehr einsortiert worden Konnten Weil dann doch das letzte bisschen fehlt Na, das kann eben halt auch mal sein Ja, fahr ruhig runter Kein Thema So Wieso Sind wir denn nicht einsortiert worden Das ist das, was mich am meisten noch stört Ähm Wir sind ja zur Mine gefahren Also zur Mine sind wir ja hingefahren Das heißt Der Weg bis zur Mine war in Ordnung Äh, wo geht's hier runter? Dahinten Bis zur Mine war in Ordnung Aber danach nicht mehr Das heißt Äh, wo ist die Einsortierung? Da Es ist ein tricky Sprung, ne? Wo ist denn hier die Aussortierung dafür? Warte mal Da geht's nach unten Warte mal Wir sind ja jetzt hier auf einer ganz anderen Schiene Warte mal Hier Hier, ne? Hier steht Mine drin Okay Warte mal Warte mal Wir haben Mine aber nicht angeschlossen, ne? Mine fährt hier runter Direkt zur Mine Richtig Richtig Das heißt Hier liegt ein Logikfehler hinter Weil hier klauen wir Mine einmal Und geben Mine nicht wieder zurück Oh Gott Da war Ja Dadurch, dass ich teilweise nicht genau wusste Welche Sachen wir rausfiltern Oder welche wir nicht rausfiltern Da habe ich das nicht gebaut Jetzt haben wir aber die Mine da hinten so umgebaut Dass wir das da brauchen Ähm Muss ich beim nächsten Mal machen Ja Da muss ich da einfach eine Mine Äh Muss die Mine da einfach wieder zurückgeben werden Dementsprechend würde dann auch logischerweise Ähm Dass wir da zurück Sortiert werden So Den Amboss brauchen wir hier nicht mehr Äh Nicht dein Ernst Da kommt er weg Ähm Dementsprechend kommt der Amboss da hinten oben hin Wo wir sagten Wo wir den hin haben wollten Warte mal Wo wollten wir den Amboss hin haben Wieso wollten wir denn da einen Amboss haben? Warte mal Macht das Sinn? Bin mir nicht sicher Der funktioniert noch Da ist einer drin Ja Der ist nur weg im Moment Also was heißt im Moment Der wird wahrscheinlich auch einer von den Falschen sein So Dann sage ich jetzt aber auch wirklich Endgültig Danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns morgen wieder Bis dahin Ciao 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 Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020